Hallo, na, es kann gleich losgehen, Moment, ich muss richtig sitzen, die Körperhaltung an der Gitarre ist sehr, sehr wichtig, auch die Atmung, ja. Die Atmung 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 Musik 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 Amen. 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 Das waren die Phönixe fliegen über das Meer zum Kosmos. Und die Milonga von Astor Pia Zolla. Die ich versucht habe, miteinander zu verbinden. Ob mir das gelungen ist, weiss ich nicht. Aber ich glaube, das wird immer besser. Vielen Dank.